Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Gilden-Missions-Guide auf gildnews.de. Wir befinden uns diesmal wieder bei einem Gildensprint und zwar bei einem sehr, sehr putzigen Gildensprint, denn diesmal laufen wir in der Nähe der Abtei Dormant als kleine, süße Bären eben einen kleinen Weg entlang, wie ihr seht, durch eine Höhle mit Fledermäusen, mit Trollen, mit Würmern, mit allem drum und dran. Und dazu haben wir auch, wie gewohnt, unsere drei Skills dort unten links in der Ecke. Doch fangen wir erstmal wieder allgemein damit an. Einmal ganz kurz, was sind Gildensprints? Bei den Gildensprints verwandelt man sich in unterschiedliche Kreaturen, Krebse, Quang oder wie jetzt hier in dem Fall Eisbären und muss einen bestimmten Parcours ablaufen, der markiert wird durch solche zwei Fahnenstangen, wie man das zum Beispiel aus dem Slalom beim Skifahren kennt. Diese Flaggen sieht man auch auf der Minimap, hier oben jetzt knapp über mir als blaue Flagge markiert. Und die müsst ihr quasi durchqueren und eben so diesem Parcours überstehen. Auf dem Parcours sind Fallen verteilt, die für normale Spieler nicht sichtbar sind, sondern nur mit dem Skill auf der Eins sichtbar werden. Skill 2 ist ein High-Skill und Skill 3 verwandelt uns in so eine kleine Schneekugel, mit der wir uns vorwärts bewegen können. Von der Schwierigkeit her ist dieser Parcours, finde ich, einer der mittleren. Nicht wirklich schwer, nicht wirklich leicht. Als genereller Tipp gilt sowieso grundsätzlich, man sollte darauf achten oder man sollte immer Spieler dabei haben, die einen heilen bzw. einem den Weg freikämpfen. Das ist sehr, sehr praktisch. Gefährlich sind hier die Felseinstürze. Das sind die Fallen, die wir da gerade eben gesehen haben. Bei dieser Falle wird man im Normalfall instant getötet und muss von vorne anfangen. Um einen Gildensprint erfolgreich abzuschließen, müssen 15 Leute innerhalb von 30 Minuten, glaube ich, durch diesen Parcours durchkommen. Dabei kann der Parcours von einer und derselben Person mehrfach wiederholt werden. Der High-Skill hat, wie wir gerade sehen, nur eine gewisse Anzahl an Aufladungen. Danach verliert man ihn. Und falls ihr euch so ein bisschen zurechtfinden wollt, wo der Parcours entlang geht, dann seht ihr das jetzt hier. Auch wenn wir hier einen ganz kurzen Moment der Orientierungslosigkeit hatten. Das passiert schon mal, auch wenn man quasi die Flaggen vor Augen hat und weiß, wo es lang geht. Da gibt es manchmal so einen Moment, an dem man so ein bisschen zögern muss. Man kann durch die Fallen ganz gut durchdodgen. Das ist generell immer ein sehr, sehr guter Tipp, da rechtzeitig für bereit zu sein. Ansonsten auch sehr, sehr hilfreich ist es, einmal mit STRG-Rechtsklick die 1 zu benutzen. Dadurch wird sie halt automatisch auf Recast verwendet, was sehr, sehr praktisch ist beim Suchen der Fallen. Ansonsten befinden wir uns hier auf der zweiten Ebene in der Höhle. Und damit schon relativ nahe dem Ende, sage ich mal. Relativ, in Anführungszeichen, wir müssen natürlich noch durch die Ebene durch. Aber relativ nahe am Ende der Fallen, denn hier vorne gibt es gleich eine Fläche, an der man zu einer offenen Stelle kommt. Wenn man jetzt hier auf das Stück hoch geht. Hier, das ist wirklich ein bisschen kompliziert, auch wenn man es auf der Karte sieht. Man muss diesen kurzen Schritt zurückgehen, um dann hier weiter nach oben zu kommen. Jetzt müsst ihr auch hier aufpassen. Den Fehler hatte ich nämlich bei mir, dass ich dachte, ich hätte eine Flagge übersehen. Aber was ich da halt gesehen habe, war der Fertigkeitspunkt. Deswegen ich dann hier jetzt gleich nochmal umdrehe, weil ich ja ein bisschen verwirrt bin. Aber das passiert halt öfters mal. Ich glaube, es gab auch noch einen anderen Sprint, wo es eben genau so einen Fertigkeitspunkt gibt, der leicht mit der Flagge verwechselt werden kann. Habe ich jetzt allerdings wieder den richtigen Dreh raus, sage ich mal, dodge mich hier durch die Falle durch, bewege mich dann die restlichen Schritte nach vorne. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft, denn sobald ihr dort vorne ans Tageslicht kommt, wie gesagt, gibt es keine Fallen mehr und ihr habt einen sehr, sehr entspannten Laufweg, wenn euer Team bereits den Weg freigeräumt hat. Was dann meist zum Beispiel viele übernehmen, die schon durch sind mit dem Gildensprint. Ja, hier geht es jetzt noch hoch. Hinten wartet die Truhe und die allgemeine Belohnung auf uns. Zwischendurch, das habe ich fast vergessen, gibt es solche kleinen Orbs, die einem Speedbuffs, Tarnung oder Leben geben. Und habt ihr es dann durch den letzten Teil des Parcours geschafft, hier durch diesen Flaggenstand, dann haltet eure Belohnung in Form einer Gildenbelobigung, zwei gelber Dinge und 50 Silber. Dahinter ist noch eine Truhe, die ihr öffnen könnt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken und ans Abonnieren. Folgt uns auf gitnews.de und wir hören uns zum nächsten Video.